Und auf der Bahn 7 haben wir den Athleten von L.C. Schachhausen, Claudio Vespi. Gerber, Razia, Tayana, Trukara, Bite und Vespi in der zweiten Serie 4. Applaus Wir sind gespannt, was ihr uns hier seid. Aber es ist schnell, denn er kommt mit etwas Vorsprung auf die Zielgerade. Mattia Tajana von GAB Bellizona in Führung, zusammen mit Coco Tukara von Stad Schöneff. Kann er das ins Ziel bringen? Er kann es ins Ziel bringen. 48,73, seine offizielle Zielzeit. Die Reihe von GAB Bellizona in Führung, zusammen mit so einem Nuller an die Möglichkeit des Entrages. Und zwar gibt es eine audazable Frage, die ich nicht ins Angriffe anrunde. Die Reihe von GAB Bellizona in Führungsea. Wenn Sie nicht an die Reihe von GAB Bellizona in Führung. Vielen Dank.